ja dieses video wird ihn präsentiert von neckel und von rieber dem schattel service an ihrer rennstrecke heute kommen zum nächsten kohle feiner der fernse 17 liga wir sind hier in österreich ja und der dreizehn steht bevor und ja wir sind hier ein cruiser der sich bei ferrari breitmacht und ja wir haben gute wettaussichten 24 grad außentemperatur ja hier sind wir noch ganz kurz die strecken information wir haben wie immer 3 sektoren 2 ds zonen soviel erst einmal dazu der höhlenunterschied ist hier recht hoch aber wie schon gesagt die piloten haben nur 9 bis 10 kohle je nachdem was man hier als kohle zahlt vorsicht also von dauernd mal gucken hier sind wir noch ein bisschen trailer material noch von nebenbei und ja jetzt haben wir wieder ein live bild die fäden sind gerüstet das kann doch dann gleich losgehen hier jetzt sind wir noch raus dieses thump mail und ja dann kann es losgehen jetzt dieses video wird ihnen präsentiert von neckel und von rieber dem shuttle service an ihrer rennstrecke aber jetzt sind wir auch mal bei alien er hat das mene steckt im wm kampf mit daniel er braucht deswegen punkte und vor allem auch die pole hier in österreich das ist nämlich jetzt mehr als wichtig auf dem im 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 in im 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 Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt hier kam gut durch. Das sieht relativ gut aus. Bisher zumindest hier in der Steiermark in Spreeberg. Untertitelung. BR 2018 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 Hey du mein Replay ohne Replay vorwarnung. Ach halt dein Maul ohne Witz. Das ist Pali hier mit dem Radio. Mann das geht's doch nicht. Ungültig. Oh, 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 der sieht nicht so gut aus für ihn P12 ist das nur. Und warum fährt Alex wieder in die Box? Nur P12 aktuell für ihn. Nicht gut. Also ich bin jetzt auch in den TV-Kameras, aber mit Pally das kann nicht gut sein. Das ist eigentlich für vorher gewesen, nur noch eine kann dann noch in der Runde fahren, Alex in der Fähren an die Box. Und, ja, das ist gut. Das war's jetzt mal ein Cruiser noch on track, mal gucken ob es bei ihm noch etwas reicht. jetzt machen wir ja diese tabelle hier eben extra deswegen, da haben wir Cruiser 9, da gab es gerade ein kleines Polonier hier mit dem Torosso, dass wir noch Mercedes fährt, wir haben ja dieses mal, äh diese Woche, also dieses Wochenende, so heißt es, drei neue Piloten, nämlich Luca Leon und dem Cruiser hier im Ferrari und Mercedes beide anderen Ja gut, Goldfine ist vorbei, das war's Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackety und von Weebus, dem Shuttle Service an ihrer Rennstrecke So, Goldfine ist vorbei, Niklas aus der Arminer aus der dritten Position, Tingel 4, Alex 5, Luca 6, den 7er, Leon 8er, 9er, es wird Cruiser, Fekmoin 10er, Icecruncher und Pally, 11er und 12er und haben keine Zeit gesetzt, das sind die Ausgangslagen für morgen hier beim großen Preis von Österreich und ich würde sagen, danke für's so schön, dass ihr dabei wart und dann hört man sich morgen eben zum großen Preis, zum Rennen wieder, bis dann, tschüss Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackety und von Weebus, dem Shuttle Service an ihrer Rennstrecke Das ist toll, Io moved an der dritten Position przy Waterschke Ug